Rampel Comedy Wenn ich später groß bin, ich heirate mit dicke, fette, bicke Mama, die beste Essen kochen kann. Wie oft bin ich am Tag spitz? Morgens? Manchmal mittags? Abend? Dreimal höchstens? Aber wie oft habe ich Hunger? Manche fangen an, mit ihrem Schwanz zu reden. Behinderung! Was hast du dir dabei gedacht? Stefan, dein Schwanz antwortet. Ich, den Kind, ich habe ein Loch im Kopf. Du musst abends aufpassen, desgeister, gins, dämonen, räuber, mörder. Alter, ich bin 31 Jahre alt, ich habe Angst, alleine nach Hause zu laufen. Aber ich habe jetzt nicht Angst, mich umzudrehen, ich habe Angst, mich umzudrehen und wieder nach vorne zu schauen. Ich glaube jetzt abends so, als wäre ich selber Monster. Und es hilft wirklich, weil wenn dir dann so ein Viech begegnet, dann kannst du es ablenken. Du bist so, äh, 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 ey, was geht nix, Feierabend. Ich bin also eine Mischung aus deutschen Tugenden und afrikanischer Lebensfreude. Deutschen Tugenden und afrikanischer Lebensfreude? Wie, was ist das? Ein Nazi-Neger? Gibt's doch gar nicht. Nazis mit langen Schwänzen habe ich noch nie gesehen. Ich so, ey, ihr seid ja gar keine Ausländer. Guckt ihr euch an, Ohrringkette. Weißt du, wenn Marokkan mit Ohrring und Kette rumläuft? Frauen, Alter. Frauen. Und du mit deinem Hund, Alter. Weißt du, wenn in der Türkei mit dem Hund rumläuft? Andere Hunde, Alter. Guck mal, sieh, keine. Hey, Schatz, ich war gerade in der Stadt. Ich hab mir ein PlayStation-Spiel gekauft. Und? Nix. Und? Wie ist es? Keine Drachen, keine Hobbits. Nur ein PlayStation-Spiel. Du siehst, wie was ich hab' dir alles. Ich hab zu Hause einen Tellerglas, von dem keiner was weiß. Nur ich weiß das. Das ist nur für mich. Ich muss auch mal an mich denken. Generation Fakebook. Ignorieren, blockieren, neue studieren, statt Alkohol probieren. Wenn von der Familie das Nutella-Glas leer ist, kannst du nicht sagen, Ah, ich hab noch eins. Warte, ich bring das. Du musst hart sein. Ich muss sagen, echt, das ist leer. Fuck. Fuck, das ist echt leer. Fuck, das soll man machen. Woher kennst du überhaupt Jantini aus Hamburg? Warst du schon mal in Hamburg? Seht sie mich verarschen? Hey, yo. Blockieren, ignorieren. Neue probieren, statt Alte studieren. Du musst stark sein. Du musst stark bleiben. Und meine älteren kann schon reden. Und die schläft. Und dann... Bis am Film, Leute. Bis am Film. Ja, ich bin... Hallo Mama. Kann man jetzt. Zeig es auf dem... Hey, fühlst du mich? Füß dich. Oh, mein Sohn. Hey, fühlst du mich?